Willkommen zurück, Grounded geht weiter, nach 3-4 Wochen, endlich mal wieder, endlich mal wieder bei Grounded. Warum stehst du hinter mir? Das tut mehr weh, als mein kleiner Spieß hier. Habe ich eigentlich auch einen Arm? Ich muss mal ganz kurz meine ganze Tasche ausleeren. Was hast du gerade gesagt? Starfield. Was ist das? Das ist ein neuer Titel von Bethesda. Hast du das irgendwo gepostet gehabt? Nö. Interessiert eh keinen sich dafür. Warum? Ich muss auch nicht posten. Warum? Du hast es doch immer bei WhatsApp gepostet. Ich glaube, wir haben die Videos immer angeguckt. Weiß nicht. Hast du es nicht gepostet, ne? Mhm. Wie geht man nochmal an die Sachen ran? Öffnen, eh. Andere Tasten. Und, äh, wird richtig cool. Also, glaube ich, wird wirklich gut. Man muss aber auch sagen, es ist ein Bethesda-Titel. Weiß, der wird genauso verpackt sein wie Skyrim, Fallout. Ja, aber, aber man weiß, dass es immer gute Spiele werden. Ja, und sie sind die Spiele echt gut. Und sie wollen jetzt auch direkt von Anfang an schon richtig guten Mod-Unterstützung, Support haben. Und, äh, was war nochmal? Pilzbrei? Kann man das essen? Ne, ich glaube, das brauchst du zum Bauen. Ich habe es vergessen. Und, äh, was halt bei Starfield ganz cool ist, du hast, ähm, spielt halt in unserem Universum, ich glaube auch in der Milchstraße. Du kannst halt über tausend, ich glaube, irgendwie tausend Planeten da mit besuchen. Du kannst halt dein eigenes Raumschiff customisen, je nachdem wie du es brauchst. Ganz cool gemacht. Musst du mir mal posten. Ciao, damn. Blablablabla, okay. Aber halt, wie immer, Singleplayer bei Bethesda. Wir legen uns mal ganz was hin. Dann machen wir aber alles was hell. Ich habe nämlich keinen Bock, hier im Dunkeln rumzugucken. Ist hier, glaube ich, die Spinne unterwegs? Kann das sein? Ich glaube, die Spinne ist hier. Ja, man hört was zu mir. Ich glaube, die Spinne ist bei uns drin. Okay. Oh, shit. Du brauchst auch die Wolfspin. Fuck. Oh, ich hab mein Schild nicht. Oh mein Gott. Kann man denn das Ballerding hier reingehen? Geh mal auf den Turm hoch. Nein, ist leer. Shit. Nee, du brauchst, ähm, Post-Munition noch. Ich geh ganz hoch. Schieß von oben rum, okay. Vielleicht haut sie da noch ab. Die blöde Spinne, wie kommt die hier hin? Eklig, die blöde... Ach, direkt die Wolfsspinde, Leute. Ich glaub's noch. Äh, wo ist mein Schild? Hab ich kein Schild mehr? Hm? Ach, shit, ist kaputt. Halt durch! Ach, die kommen gerade wieder zur Base zurück. Shit, ich will mal ganz kurz meine Base reparieren. Boah, wie die da... Aber sie hat mich gesehen, glaub ich. Jetzt hat sie mich gesehen. Nee, nee, sie hat mich gesehen. Nee, nee. Sie hat mich... Sie guckt doch zu mir. Aber sie ist auf mich fixiert. Solange sie nicht zu mir kommt. Ich will mal ganz kurz in der Base reparieren gehen. Ich komm mal auf die. Ganz rein, die kommt auf mich. Ach, diese Tasten immer... Wie reparier ich nochmal den ganzen Quatsch hier? Wie machen wir das nochmal? Ich hab's voll vergessen. Äh, da. Ah, mir fehlt hier, ähm, Rüsselkäferfleisch. Verdammte Hacke. Warten wir in die Armbrust. Rüstung, Waffen. Wir haben keine Armbrust mehr, ne? Nee. Okay. Dann gehen wir sie so platt machen. Das ist halt eine Wolfsspiele. Ziemlich stark. Die ist auch komplett nur auf mich fixiert. Schießt die gar voll auf die Birne. Kannst du mit drauf schießen? Nee, ist leider in meinem toten Winkel. Wir müssen sowieso, äh, Wolfsspinnen kennen. Weil, weißt du ja, wegen dem, äh... Wegen dem, wegen der Errungenschaft, äh, Gift. Ist die verbuggt? Ich glaub, die ist verbuggt. Die kommt nicht mehr raus dort. Nee, die guckt die ganze Zeit auf mich. Wenn ich mich bewege, dann guckt sie auch woanders. Okay, bei mir im Stream guckt man? Ich hab im Stream nicht mehr. Ach so, im Stream guckt die genau zu mir. Ja, ja, die guckt auf mich hoch, weil ich direkt über ihr stehe. Ach so. Das fehlt mir so ein bisschen bei Smallland. Diese Innenperspektive, die, äh... Wie nennt man die? Ähm... Ego Perspektive. Du machst das super da unten. Finde ich auch. Ich bin echt gut. Warte ich, meine Feige gleich zu klauen. Ich bin jetzt dumm. Aber gut so, ich will dir mal den... Ausgerechnet ist die jetzt gerade in der Base. Wie viel Leben hatten sie? Ist gleich tot. Zwei Balken. Ah ja. Noch ein Balken. Hätte ich die Armbrust gehabt, dann, äh... Frau hat geschrieben, ich bin sehr leise. Okay. Warte mal, lass mich, lass mich die erstmal killen. Warte. Ja, ich hab das vergessen. Jetzt legst du auf den Schuss und da ist er tot. Bleh. Erstmal meine Feige. Du bist leise. Du bist eigentlich bei mir voll... Nein, 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 meine Feige. Ich hab sonst keine mehr. Wir haben keine Sachen. Na toll. Jetzt hab ich 33 mehr, da kriegst du nur einen. Hier. So, jetzt, jetzt ist... Bleh. Jetzt gehen wir mal ganz gut schlafen, dann mach ich den Grave mal lauter. Du bist eigentlich bei mir wie immer. Ich weiß nicht, was immer da los ist. Ich hab das Mikro fast in der Fresse hängen. Am, 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 nam, 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 nam. At Dextro 2, 3, wenn ihr immer noch die Bruchmutter machen wollt, da ist mir eingefallen, dass ihr das zum Spawnen im Ofen herstellen müsst und ihr den Ofen erst im Gaslabor freischaltet. Cheer 100 PS holt euch auch mal die Mutation, verlässlicher Freund. Dafür könnt ihr euch einfach immer wieder gegenseitig umkloppen und wieder aufheben, Dextro 23 einmal mit Profis. Die eigentlich super gut ist, aber ähm, äh, endlich hell. Ist der Grape jetzt wieder lauter? Hallo, hallo, hallo. Ich glaub schon, also ich hab dich jetzt, äh, äh, von, von 1 plus 1 auf plus 6 gestellt, also. Ja, hier draußen gibt's was zu essen, wenn du was möchtest, ne? Gib mal einen Käfer zum Momfen. Rub time! Hallo, Fretchen. Die Bienen, hallo. Ich geh mal ganz kurz den Rüsselkäfer prügeln. Ja, Rüsselkäfer. Damit ich nämlich mein, 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 äh, mein Schild repariere. Benni, was ist los? Kommst du nicht online? Erotisch wie immer, ich weiß, Benni. Für dich kann ich's auch noch erotischer machen. Aber dann nur im Privaten. Wie liefen die ganzen Handrunden, die ihr gespielt habt? Ähm, war so mal so. Wenn das so anfängt schon, ähm, dann wird das nix. Ja, im Prinzip kommen, kommen wir gut durch mit den Quests grad. Aber wir wurden dreimal hintereinander direkt am ersten Compound schon überfallen. Das ist immer geil. Direkt am Anfang weggemacht. Und manchmal auch ein bisschen seltsam weggemacht. Aber es kann auch sein, dass die Server wieder ein bisschen packen. Ich hasse Events, ich hasse Events und ich hasse... Oh, ja, so Rüsselkäfer, gut. Ja, wobei ich sagen muss, die Events jetzt bei Han sind gerade relativ easy. Das heißt easy, du machst halt einfach, du spielst halt einfach und machst halt. Nee, ich... Gar nicht so sehr drauf achten. Das ist okay, das finde ich super. Ich weiß nicht, was ich eigentlich damit meinte, ist, immer wenn ein Event ist, dann sind die Server immer überfüllt von Leuten, die dann immer wieder 15 Minuten spielen wollen. Oder so ein paar Wochen spielen wollen. Und dann lassen nur Lecks auf den Servern. Ich weiß, ich heiße guten P. Ich hab sowieso bei Han fast immer von neun. Das stimmt. So, mein Schild ist wieder da. Ha, ha. Da kommt wieder ein Rüsselkäfer. Was ist denn hier los für die Rüsselkäfer-Ecke? Wie konnte man den immer abbauen? Ich brauch hier ein Kaugummi-Schaufel-3. Hab ich die? Äh, äh. Ich hab Schaufel-Schaufel-1. Wieso hab ich Schaufel-1 nur? Bin ja bestimmt die Schaufel-3, 2, 15, 60. Endgame. Christian, du kannst dir den Stream nachhinein später auch angucken. Ähm, im Watt. Oder du wartest, bis ich das bei YouTube hochgeladen habe. Wenn du das in kleinen Folgen gucken möchtest. Aber bei YouTube kommt das natürlich alles ein bisschen mit Verspätung an. Ähm, weil ich ne, erstmals alles in kurze, in 30 Minuten Folgen schneide. Und der Stream natürlich dann meistens immer so drei Stunden oder sowas geht. Oh, hier gibt's was zu essen. Komm her, komm her, kleiner Scheiß. Wo ist's? Kleiner, kleiner Scheiß. Da gab es doch irgendwo einen Befehl? Oder man konnte das irgendwo eingeben? Hatte man, glaube ich, damals in der Chat geschrieben, dass ich den Hintergrund, das ist ja jetzt so, so, so verschwommen, dass man den freischalten kann. Dass man das ganz sieht. Au. Achso, du warst das. Ich wollte ganz sagen, was hat denn jetzt die Biene gemacht? Der war im Geschütz. Volltreffer. Auf Ewigkeiten langsam. Hält mega lange. Aber so gut, das weiß ich, ich treff immer noch. Termitenschaufel braucht man dafür. Janis, hallöchen. Äh, gut. Der Turm, der hat der Stone weitergebaut gehabt. Das hässliche Ding hier. Ist auch hässlich, aber es ist nützlich. Ja. Wird nützlich. Jetzt im Moment, äh, äh, ich wollte mal grillen. Ich grille mal ganz kurz leckere, leckere Fleisch. Oh, mehr. Immer noch verschwunden. Sag ich, ich esse die jetzt gerade. Ich wollte die braten, ich hab die jetzt gerade gegessen. Warum das denn? Warum hab ich das gegessen? Ich hab ich nicht gerade draufge... Aber das Ding, glaube ich, schon voll war. Und dann hab ich draufgedrückt und hab ich gegessen. Ja, voll vergiftet hier. Hatte Benni irgendwie was gesagt, warum der nicht kommt? Der kommt später. Achso auch? Ja. Aber wir können ja schon mal... Also wir müssen ja noch dieses Gase-Labor machen. Ja. Das ist eigentlich... Wäre eigentlich das Nächste, aber das wollen wir ja noch so nicht machen, damit wir die... diese ekligen, nervigen, anderen Viecher nicht, äh... Nicht freischalten. Diese Sprengmonster hier. Sprengtiebviecher. Wo ist denn Schaufel? Schaufel, Schaufel, Schaufel. Da ist die Schaufel. Schaufel 2. Ich bräuchte Schwarzameisenbrocken und Schwarzameisenbeine. Hä? Haben wir die nicht? Mh-mh. Wir wollen auch noch bei den ganzen Armen... Komm, wir gehen mal rüber und ein paar Schwarzameisen prügeln. Weil die waren so mega stark und da kamen ja gleich 50.000 von denen. Ja, das stimmt. Du hast jetzt eine Armbrust. Wir können ja vom Weiten schießen. Hier, ja. Geradeaus. Jetzt der Benni schreibt gerade. Wir sollen einfach den Tank nicht reparieren. Wir können das Labor machen, aber von dem Tank nicht reparieren. Ja, ja. Ich will ganz ehrlich auch nicht diese Sprengtiere haben. Die nerven mich. Die sind einfach übertrieben doof. Ich hatte ja schon einen Hochweg gebaut auf den Spielplatz. Wenn das irgendwann mal von Interesse... Du warst, glaube ich, dabei. Du hast, glaube ich, mitgebaut. Ja. Oh, das ist ein Rüsselkäfer. Auf ihn drauf. Auf. Die bösen Gegner. Die schreiben gerade in den Chat. Im In-Camp? Mhm. Sehe ich gar nicht. Ach, Mist. Broken Arrow, oder was? schießt das alles auf sich selber drauf. Komm schon. Ich finde, ich finde die, ähm... Da ist noch ein Pfeil. Äh, ich finde einfach diese, diese kleine Piki hier, die ich hier habe, die ist zwar nicht so stark, aber die macht... mega schnell. Die ist super schnell und, äh, ich finde das einfach... Ich finde die klasse. Hast du das gesehen? Und? Ein? Ach, die Bombe haben wir auch noch nicht gehabt. Doch, wir hatten doch eine Bombe. Hey, der Benny hat letztes Mal eine Bombe gehabt und warum hat er die nicht hier in der Schaufel genutzt? Benny, was ist los? Was ist denn das für ein Quark hier? Benny macht nur Quatsch. Wir hätten das eigentlich schon lange machen können. Hier, den Stein hätten wir aufsprengen müssen. Hab ich ne... Hab ich ne Bombe dabei? Christian, bis dann. Danke, dass du da warst. Ähm, wie geht's mir? Alles gut, so. Mach ein Bombardier-Käfer. Geh weg. Ähm, wollen wir zu den Ameisen noch gehen oder wolltest du da hinten kämpfen? Oder kämpft der schon mit dir? Nö, nö. Ach so. Das hat mich um entschieden. Hat mich gesehen und hat sich verzogen. Genau. Ich hab voll in den Hintern reingeballert. Hier ist der Hochweg, den ich gemacht habe. Den könnten wir eigentlich nutzen und auf der anderen Seite herunterspringen. Ich hab schon verstanden, dass du schneller bist beim Hochspringen. Ja, ja. Äh, hier lang. Hauptsache, hier taucht nicht wieder diese Löwenameise mit drin auf. Nee, also hier kommen sie ja nicht. Die kommen ja erst, wenn du... Hatten wir letztes Mal hinten bei der Seilbahn sie direkt nebendran aufgetaucht. Oh. Hast du ne Gasmaske dabei? Äh, ja. Guck mal zur Schaufel zurück, schreibt der Benni. Kommt du mit ins TS, Benni. Ich will deine sehr sexy Raucherstimme hören. Hallo, Brüder. Hallo. Hallo, Mädels. Luke. Luke. Ich bin dein Onkel eigentlich. Ich bin nicht dein Onkel. Ich bin dein Vater. Damit kämpft du hier mit dem... ...über dir, Käfer. Hallo, Masira. Guten Abend. Ich will mich nur ein Millimeter bewegen und dann schmeiß ich daneben. Komm ins TS, Mann. Ach, der hat mir die Schaufel hingeschmissen. Oder ist das eine Bombe? Was soll das sein? Eine Schaufel. Ameisen-Schaufel. Was wollen wir denn mit? Wir wollen doch die... Benni, hast du ne Granate? Hast du noch ne Bombe? Die ist ne Granate. Aber wer schreibt gerade? Für die Kaugummis. Ach so. Dafür sind wir jetzt zurückgekommen, oder was? Für die Schaufel. Ach so, der macht, glaub ich, die Bombe? Ja, er macht die Bombe. Soll ich mal hinter der Schaufel weggehen? Guck. Yes, Baby. Let it bums. Ah. Ich hvis sie mitnehmen sollen. Wäre eigentlich ganz gut gewesen. Oh, hier ist eine Biene. Ich vergesse, sie ist eine tote Biene. Geh mal hin. Achtung, Bananen, schade. Nein, du bist ausgerutscht. Oh, eine Feder. Die müssen... Die nehmen wir mit. Yes. Du weißt ja, dass Bienen mich immer angreifen. Ich weiß noch, das letzte Mal der Benni... Nein, die greifen nicht an. Du musst da nur vorbeigehen. Die haben mich dauernd angegriffen. Ich habe denen nichts getan. Ach gut, habe ich dich dabei? Bin ich schon mal geschützt. Chat, wer von euch kennt denn kein Grounded? Wer kennt Grounded nicht? Das ist, glaube ich, der richtige Satz. Die richtige Satzstellung. Richtig deutsch. Das ist ja richtig deutsch, so. Wer kennt so Grounded, so. Vor allen Dingen diese Löffel... Löffel... Messer. Kennst du die Löffelmesser aus Plastik? Oh, ich werde angegriffen. Ich werde angegriffen. Du auch. Ja. Bin gar nicht da. Ich krieg's voll auf den Arsch. Aua, mich immer. Oh, mein Gott. Einfach low. Einfach low. Du, was? Weiß ich nicht. Hier muss man gegenhauen. Hast du einen Hammer? Hau mir den Hammer gegen. Ich habe keinen Hammer. Ich habe... Aua, ich bin gestorben. Nein, ich bin tot. Was wollen die von mir? Warum bin ich? Du musst mir aufhelfen. Ich habe meinen Abgang. Ich will nicht essen Salat. Nein, Hammer. Ich hole dich. Du musst nur direkt laufen. Uuuh, lecker. Nein! Nein, Max. Oh, mein Gott. 15 Sekunden. Was war? Noch eine Sekunde, ne? Eine Sekunde. Au. Ne. Neun. Acht. Hm. Shit. Wo ist mein... Hm, okay. Shit. Dann müssen wir nochmal ganz so schlafen. Ähm. Haben die aber nicht im Dunkeln. Ja. Ne, wir können nochmal nicht schlafen. Auch zu früh. Mhm. Mist. Wie viele Bienen jetzt. Ja, das ist echt nervig, ja. Diese blöden Viecher. Die greifen mich da immer an dieser Stelle an. Aber wenigstens... Wenigstens haben sie dich auch mal angegriffen. Nicht nur mich. Aber erst haben sie dich genommen. What you got now. Aber sagt immer noch, ich bin leise. Ich glaube, Power hat einfach was an mir. Also ich hab den... Das... Ich weiß nicht, woran das liegt. Das, äh... Hab ich bei... Bei Gnome zum Beispiel auch. Im Let's Play bei Ark. Der ist bei mir im TS... Wunderbar. Aber sobald ich den auf YouTube höre, ist der voll leise. Und du bist bei mir eigentlich voll laut. Also laut, ganz normal laut. Ich hab dich jetzt gerade eben sogar auf 6 gestellt. Ist mir schon fast unangenehm. 6, okay. Ich hab mir auch einfach mal sagen können, wenn du das willst. Nee. Ach nee. Die für Überraschung. Ach nee. Das tut doch weh. Liebe tut doch weh. Ich will kein... Bleiben Sie bitte stehen. Ich bin der Fackelträger. Ich mach die olympische Fackel hier an, ja? Nein. Ansonsten... Wenn ich jetzt angreife, dann hauen wir sie um. Fliegen da immer noch die beiden. Oh, dann müssen wir sie platt machen. Er hat ihren Stachel schon ausgefahren da hin. Nein, nein. Ich bin gar nicht da. Oh, Mann ey. Warum auf mich? Au! Nein, hol dir deine Zonges. Scheiß Viech hier. Das war auf mich draufgefallen, ey. Sausack. Warum hab ich eigentlich... Achso, wo ist mein... Ihr? Ihr hier. Nee, ich wollte... Meine Sachen brauch ich eigentlich gar nicht so... So wichtig sind sie ja nicht, weil... Du hast ja immer alles, das du brauchst. Zum Kämpfen. Ich kann auch wegsen und das geht ziemlich schnell bei mir. Sausack. Du hast einen Hammer? Ich hab nämlich keinen. Ja, ich hab Hammer dabei. Ich hab alles dabei. Ich bin der Hammer. Achso. So, Achtung. Finde ich gut, ne? So welche Aktionen? So Mini-Animationen. Oh, hier ist was drin. Mistverdammte. Schmarotzer hier, ey. Du spielst mit dem Ninja-Looter zusammen. Was erwartest du? DJ, danke schön für den Rady. Wow, this is so cool. Wow. Oh, ich liebe das, Leute. Oh. Ja, ich will diese Würfel haben. Den W20. Hier gibt's ne große... Hey. Hier gab's ne große Truhe drin. Hast du schon ne... Okay, aber hier gab's irgendwo ne Truhe drin, die man, glaub ich, aufmachen konnte. Und da war der Schlüssel drin, soweit ich weiß. Schlüssel. Oh, Hallöchen. Schaufel, die hast du. Ja. Let's go. Let's go, Peter. Let's go. Ja, Peter weiß, wie man leckeren, abgekauten... Kaugummi. Ich werd auch schon wieder hier so ne Scheiß... ...Biene umflattern. Ja, aber wie kannst du, dass die einfach nur draußen ist. Ah, hier ist noch ne... ...ne Feder. Mhm. Sag, wann ist sie denn hier drin? Das ist für mich total neu. Ich bin total beeindruckt von dem Jansen. Ah, hier ist die Truhe. Hast du's gefunden? Ja. Und... ...Sold. Ich liebe diesen Würfel. Das ist Würfelliebe. Nein. Geweck. Die ganzen Falle sind von dir übrigens, die überall hier liegen. Ja, ja. Ah, wir brauchen den Schlüssel. Der war ja... Wo war der Schlüssel? Den müssten wir, glaube ich, noch erst im Sandkasten finden, oder? Ich glaub, er ist im Sandkasten. Okay, so war das. Aber im Sandkasten, dafür sind wir doch, glaube ich, noch zu weit für. Also, die Gegner waren noch zu stark, glaube ich, soweit ich das weiß. Wir müssen noch erst mal ins... Ja, die blöden Ameisen. Die waren ziemlich heftig. Soweit ich mich weiß, müssen wir erst noch mal in das eine Labyrinth. In das eine Labor. Oh, hier war ja noch ein Gips. Wir fangen jetzt mal in das Giftlabor rein. Ins Giftlabor, ja. Ja, warum bist du so schnell? Was hast du denn so gemacht? Fett wie du. Hey. Nimm das du wieder zurück. Sie wurden gerade soeben gedejay'd. Dankeschön. Ja, da hinten ist noch eine Feder. Vorbeischleichen, weil die Bienen schlagen. Hau ich um jetzt, Pfiisch. Oh, shit. Lalalalalala. Ah, hier ist die Pfeilrutsche dann. Ähm, runter zum Ankasten. Mhm. Hast du schon aktiviert? Nee. Ich komm, ich komm, ich komm. Ich komm, ich komm, ich komm. Aber ich hab gar keine Fackel mehr. Warte mal, kann ich die Fackel noch craften? Fuck, 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 fucken. Ach Mist, mir fehlt alles. Hast du irgendwas, äh, hast du trockenes Gras und Saft dabei? Hab ich vorhin alles ausgeladen. Na gut. Nein, Seidenseil haben wir vergessen. Oh, ich komm nicht mehr weg. Hä, wieso komm ich nicht mehr weg? Gott. Na toll. Seidenseil? Ja, hast du nichts dabei, ne? Ja, komm, ich bringe. Der Flux hat geschrieben, wir sollen den mal würfel würfeln. Komm, wir sollen würfeln, würfeln's aber das. Das ist aber neu, oder? Komm, wir mal. Den Würfel im Doppel brennt man auf die 20. Soll das gehen? Aber schon mal nicht. Der andere, der drin ist. Ja, kann sein. Den weißen bestimmt. Warte kurz, ich will es wehen. Ich will es doch sehen. Ich will dabei sein. Wenn coole Sachen... Und ich laufe dir auch noch hinterher. Äh, ich will dabei sein, wenn coole Sachen geschehen. Servus. Hallöchen. Oh mein Gott, wo laufe ich denn jetzt hier lang? Na? Na? Alles klar hier? Ja, wie sieht es bei dir aus? Start klar? Ah, hier ist es. Warte, 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 warte. Was machen Sachen? Ich weiß nicht, ich hatte die Bombe gefunden. Äh, der bewegt sich. Ich weiß nicht. Ich habe die Bombe gefunden, die ich vorbereitet habe. Ich weiß nicht, ich hatte. Benni hatte eine gehabt. In der Winter oder wo? Benni hatte letztes Mal noch schon eine Bombe gehabt, wo wir da ganz an der Mauer an der Steinwand, äh, das... ...verdeckte... ...verdeckte Labor aufreigeschaufelt haben. Warte mal, vielleicht wieder Schaufel. Schaufel. schaufeln. Ich kann nicht mehr. Ne. Oh. Baby, kannst du mich einladen oder denkst du dich online stellen? Du musst den auf den 20er bringen, ne? Sag nicht, ich muss mich wieder online stellen. Ehrlich? Ja, ich find dich nicht. Ja, ja, ja. Oh mein Gott, 20 Sekunden. Mach die 20. Ah, fast. So, das war richtig. Jetzt müssen wir nochmal. Jetzt hast du Platz. Ja. Und nun? Was ist passiert? Motivation. Hast du bekommen? Wo steht das? Kug die Gras. Hab ich bekommen. Ah, du. Okay. Wo ist das, was man das machen muss? Chat, chat, chat. Ah, schlau. Chat schon wieder. Äh, was hatte ich gerade tun? Achso, ich wollte mich online stellen. Ethische Treffer-Chance. Uh, okay. Muss aber jeder für sich persönlich machen, schätze ich mal. Eins, so. Ähm, gib mal mal den, 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 den. Juhu. Kannst du hier auch online schalten. Den Speer? Der war ein Speer. Hab ich einen? Nee, es ist ein Dolch. Schmeißen durch. Irgendwas muss halt dagegen. Achso. Wie schmeißt man nochmal? R. Werfen mit R. R. Logisch. Warte mal, ich kann den aber auch erst nochmal für dich. Nee, kann ich nicht. Ich kann es mal werfen. Warte, warte, warte. Geh mal den Speer, der ist mir stärker. Weil ich hab grad damit geworfen, das Ding hat sich ja nicht mal bewegt. Dankeschön, kriegst du nicht mal wieder. Ich glaub, ich hab einen Ambruchspulsen in die Fresse. Alles gut. Wie immer also. Standard. Hast du den Turm bewundert, Dex? Ja. Jetzt kannst du ihn wieder aufheben. Den hab ich bewundert und auch grad eben gesagt, wie schön hessisch er ist. Aber nützlich. Was ist, wenn ich das nochmal? Ähm, nochmal. Ein Geschnarche hier. Äh, komm, wir gehen wieder runter, bringt nichts. Äh, ich würd gerne noch ein paar... Oh. Du kannst den selber nicht umwerfen, Dex, oder? Doch, ich hab ihn umgeworfen. Den... Aber auch mit dem Speer, weil ohne Speer war das zu wenig Power. Okay, ich hab auch noch einen Speer, dann mach ich das auch nochmal. Was? Können wir das mal hier versuchen? Wir auf den Sandkasten. Gut anzuversteckte Labor. Tja. Äh, ich würd gerne in das, ähm, in das Giftlabor. Giftlabor, vielleicht brauchen Giftmasken. Ähm, ja, ich hab... Oder mit Bombe zu den schwarzen Ameisen. Ne, wir sollten, glaub ich, echt mal das Labor machen. Oh, hier sitzt der Hund. Hier steht doch, schwarze Ameisen-Dabor, müssen wir machen. Hm? Schwarze Ameisen-Dabor ist aber, ist doch eine Nummer schwerer. Mh. Müsst du die nächste Quest, die wir haben, steht drin. Und so ein Quest. Ähm. Der Felter. Ja, ich bin nicht aufgegangen. Warum ist das nicht aufgegangen? Hab ich den noch da? Oder ist der kaputt? Ne, ist doch da. Hä? Nochmal. Hui. Und der hier auf der Seite... Ach ja, hat so ein bisschen Labor. Habt ihr Giftmasken und ne Bombe mit noch? Bombe nicht, aber Giftmaske. Ja. Dann müsstest du ne... Wollt ihr nur kurz ne Bombe holen, weil ich bin ja gerade auf dem Tisch hoch, um selber das Ding umzuschmeißen. Weil wir brauchen ne Bombe, um da weiterzukommen. Wie craftet man ne Bombe? Äh, ist schon fertig. Die müsste irgendwo oben liegen. Ich hab dort eine hergestellt gehabt extra. Müsste den Waffen eventuell sein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Vielen Dank.